ja hallo und herzlich willkommen zum master of chant nein in der aleph akademie und wir feiern heute die master of chant wer sind die master of chant das sind wir die wir den namen gottes demonstrieren und ihnen in allem wiedersehen wollen ja indem wir seinen namen die lektionen und unser geist trainieren rezitieren wir immer wieder dasselbe und wollen einfach nur das eine sehen wir haben ja nur ein ziel wir haben ja nicht viele verschiedene ziele geld barbara das haben wir schon rausgefunden wir haben ein gemeinsames ziel und das verbindet uns alle so sehr miteinander weil unser ziel gott ist ja unser ziel ist nicht irgendwas zerstreutes in der welt sondern wir wollen unsere welt hier mit nach hause nehmen das wollen wir in jedem moment und ich bin ganz sicher dass mir hier jeder zustimmt das ist der grund warum wir uns hier treffen und dass wir keine ja keine zeit zu verlieren haben oder ja oder wir verlieren bestenfalls alle zeit und es ist vorbei mit unserem traum hier der trennung es ist vorbei nicht wahr dorothea sie ist vorbei wir wollen das nicht mehr wir wollen uns erheben neu in seinem namen und ja den christusgeist in uns vollkommen annehmen und den heiligen augenblick und die anziehungskraft gottes was heute darum geht in kapitel 15 ich weiss nie wie man dem sagt kapitel 15 absatz 9 oder so auf seite 322 fangen wir von vorne an beginnen wir der heilige augenblick und die anziehungskraft gottes also wir trainieren heute in unserem zusammenkommen den heiligen augenblick ja ich muss noch mal kurz nachfragen ja ein bisschen ramba zamba im haus elbe kannst du mal gucken wir haben da eine kinderzimmer party so und ja die türe ist jetzt zu ja auch die kinder sind mit dabei nicht wahr wir nehmen alle mit und diesen einen heiligen augenblick wollen wir heute in erfahrung bringen so wenn du irgendwas hast heute lass deine welt einfach mal los ja das gibt es einfach dem heiligen geist du kannst so kommen wie du gerade bist und dir gewiss sein dass der heilige geist hier seine arbeit tut ja die umwandlung tut die vergebung funktioniert ohne dass du etwas tust du musst es einfach nur zulassen und bereitwillig die korrektur in deinem geist annehmen aber wir sträuben uns manchmal ein bisschen gegen korrektur nicht wahr aber in der korrektur blühen die blumen auch wieder neu auf und ein neuer song beginnt nach dem heavy metal wo das leben so schwer und beschwerlich war ja wo wir auch head banging weil es einfach gereicht hat na da tut einem der schädel schon mal ordentlich wie weil das leben in der welt extrem schwer war ja und durch das anrufen oder einlassen der liebe gottes transformiert sich das und all die schwere wird umgewandelt in die sanftheit in die zärtlichkeit in die freude gottes und da möchte ich dich heute oder wir uns alle natürlich uns mitnehmen da treffen wir uns wieder im königreich gottes wir haben da vielleicht auch bildliche vorstellungen wie es aussieht im königreich gottes aber schlussendlich ist es ein gewahr sein ja selbst wenn es noch über die bilder geht über die visualisierung geht wo da kommt ein schönes bächlein und da sprießen die rosen und an dieser ecke die tulpen und die gänsebrünchen und es duftet alles wunderbar nach frühling und nach verliebtheit na wir können gerne solch ein bild her nehmen in unserem geist und das betrachten aber dann in dieses gewahr sein gehen es zu umzuwandeln dieses bild in ein gewahr sein in einen frieden in einen paradiesischen zustand den wir nie verlassen haben ja und die erkenntnis natürlich ist auch der baum der erkenntnis der ja eben einfach dieses gewahr sein ich bin zurück in gott ich war noch nie weg ich habe nur mal kurz übel geträumt und manchmal saubel nach und da jetzt wirklich in heiligen blick einladen und heute alt träume hattest oder gedanken der trennung hast es haben wir die möglichkeit da eine verbindung zu sehen bist du bereit ja dann beginnen wir mal mit dem ersten abschnitt so wie das ego deine wahrnehmung deiner brüder auf den körper begrenzen möchte ja du möchtest die wahrnehmung auf den körper vom bruder begrenzen dieser bruder hat mir das angetan er hat mich verlassen er war gemein oder ja hat wirklich wieder mal unfair behandelt ja ich gebe das dann auf den körper so möchte der heilige geist deine schau befreien und dich die großen strahlen sehen lassen die aus ihnen leuchten und so unbegrenzt sind dass sie bis zu gott reichen es ist dieser wechsel zur wahren schau der im heiligen augenblick vollbracht wird ja dieser wechsel wo zuerst ein trennungsgedanke da ist und durch das einladen der neuen schau dann wahrlich eine verbindung hergestellt wird wo man sieht oh das war ja gar nicht so das habe ich nur geträumt und wir haben sicher alle solche selbst auch heute solche erfahrungen gemacht wo trennungen da waren oder sonst wo alte geschichten wo du denkst da hat mich einer verlassen oder ist gestorben oder was auch immer und das möchte ich heute benutzen und zu sehen dass niemand dich verlassen hat niemand da gab es nie jemand der dich verlassen hat und ich kann den einen auch nicht ersetzen denn er ist vollständig mit mir vereint im geiste es funktioniert ja nicht wenn ich jetzt sage okay die dorothea ist jetzt gegangen ich ersetze jetzt mit irgend jemand anderem das funktioniert nicht na sondern wirklich auch zu sehen dorothea ist nie von mir gegangen ich habe dorothea auch nie verlassen ja sie ist in meinem geist und wenn ich wirklich den rahmen mal sprengen und auf eine höhere ebene gehe bin ich in ewiger verbindung mit dorothea in seinem geist das ist das ende erleidigen sache des liebeskommers und der trennungs gedanken ja des verlustes oder wo du noch festhalten kannst in der welt ja aber der hat mir wirklich das angetan das hat man doch gesehen ich kann es beweisen in form da hat es wirklich getan nein hat er nicht es ist ein bild das du gemacht hast du hast ihn da hingestellt er hat das nur gemacht weil du das auch so wollte es übernimm die verantwortung für dieses bild übernimm sie auch wenn es nicht schön ist übernimm die verantwortung und dann schau mal hin mit dem heiligen geist wie sich dieses bild wandelt und im licht verschwindet ja genau der eine bruder geht und schubs ist der andere bruder da und trotzdem sind der eine und der andere beide noch da alle alle sind da es gibt keinen der fehlt im königreich gottes kein ich muss ihn auch nicht ersetzen dieser eine teil muss ich nicht ersetzen er ist vollständig da auch wenn ich ihn nicht sehe er ist da ist das nicht beruhigend er ist da der vater sehe ich auch nicht sie ja gott in dem sind ja nicht als figur er ist da er ist mit uns da weil du in ihm ruhe ich ruhe in gott und das ist eine erfahrung im geist das klingt ja sehr abstrakt aber es ist eine erfahrung im geist bin vollkommen in gott mit dir mit ihm verbunden mit allem was ist es ist auch wenn du nach draußen gehst spazieren gehst der baum da drüben ist ja nicht der baum außerhalb von dir er ist ja in dir du bist in ihm du bist der eins mit dem baum kann nicht anders sein oder ich sehe na ich sehe so viel attraktivität ist ja deine eigene attraktivität die du siehst du siehst nur deine eigene attraktivität du siehst nur deine eigene schönheit dein eigenes licht deine eigene freude dann siehst du mal wie schön dass du bist da kann man noch lange sagen aber ja die sind ja alle so schön aber ich nicht oder die haben es alle geschafft aber ich nicht aber das bisher du das bisher du und schon fällt ja der neid zum beispiel weg der ist schöner als ich oder der hat das das bin ja alles ich da kannst du gar nicht mehr neidisch sein sorry auch diese geschichte ist gestorben tut mir leid ja es ist unmöglich selbst wenn ich immer mal wieder sehe und auch erfahre am ende ist es unmöglich wenn ich es wahrlich mit dem heiligen geist ansehe es ist unmöglich es ist eine unmögliche story ja und ich finde die ersten sätze so so wie das ego deine wahrnehmung deiner brüder auf den körper begrenzen möchte wie oft begrenzt du sie auf dem körper also ich finde jetzt also zum beispiel dieses glas schöner als diesen becher und das machen wir auch mit dem bruder ja also mit dem jetzt lieber zusammen hat mehr vorteil als mit dem da der der hat es nicht so gerafft na der hat es nicht geschafft schau mal wie der lebt aber dann habe ich zumindest sicherlich noch eine lektion zu lernen die unterschiede das licht ist ja dasselbe im bruder ich sage nicht dass nicht wir alle unsere vorlieben haben ich mag vielleicht auch das lieber als das aber die liebe dahinter ist ja ein und dasselbe und ich kann ja auch nicht sagen ach jetzt kommt dieser bruder auf mich zu den will ich nicht ich möchte liebe ich warte bis der hier jetzt kommt es sind beide immer mit mir da es sind beide mit mir da und ich bin so froh muss ich mich nicht entscheiden welchen liebe ich mir da bin ich ständig im konflikt mit mir welchen liebe ich jetzt mehr welcher ist mir jetzt lieber ja am liebsten gleich beide alle und dann sehe ich dann schon wie sich das in der form halt gestaltet aber die liebe bleibt dieselbe ich kann nicht sagen ich liebe brita mir als dorothea oder als maria oder als luise es ist die eine liebe der eine geist den wir teilen und ich bin dankbar dass du dasselbe tust dass du die eine liebe mit mir hier ausdienst und den frieden darin wählst und das ist das schöne daran darin sind wir absolut verbunden miteinander du hast ja kein anderes ziel als ich wir haben das eine ziel und das ist total attraktiv geld ist nach das ist absolut attraktiv das sind wir umgebens um so vieler gottesliebe und attraktivität dass wir einfach nur noch dahin schmelzen können und können nur noch dankbar sein für all die schönheit und all die gaben und all die hilfe und all die unterstützung die uns darin gegeben ist das ist so schön ich sage dann immer ja ich habe schöne blumen gesehen was auch immer ich als blumen manchmal betitel aber sie blühen alle so schön ja ob jetzt katzen oder männer oder frauen oder hunde alles sind so ich merke in der liebe gottes wenn ich in diesem frieden bin wie wie viel freundlichkeit und liebe mir entgegengebracht wird ja wo früher ist oje jetzt kommt die wieder heißt auch schön bist du da ja es ist ein ein öffnen meiner selbst ein willkommen heißen meiner selbst und einfach die dinge so sein lassen wie sie gerade sind ich muss dich nicht verändern ich habe heute nämlich auch ich habe elbert ein buch geschenkt little black boo book knigge ein knigge kurs für elbe damit er sich anständig benimmt und nein einfach so zu sehen was ist alles so knigge und was machen wir alles und wie dress code und was auch immer es hat mich einfach so wunder genommen was darin steht und habe ihm das geschenkt und da steht wirklich auch darin wie man sich richtig begrüßt und wie man alles macht und in gewissen kreisen ist das ja auch wirklich auch gefragt je nachdem wo du dich bewegst ist halt einfach ein dress code angesagt oder ich auch so zu geben und da auch keinen widerstand zu haben und ich finde das ganz interessant mal einfach dahin zu gehen ohne widerstand und diese ja diese knicke regeln auch einzuhalten ja wie man halt sich kleidet und wie man da auftritt und was das für eine total neue erfahrung ist im geiste ja und dass es auch hilfreich ist eben ja also vor dem also für den andreas vor allem nehme ich an oder ja habe ich schon richtig gehört für agisten auch nun ja vielleicht lesen wir es mal alle gemeinsam ja und das es geht so darum auch in gesellschaften zu sein wo man vielleicht denkt ohne ich kann ja einfach so hingehen wie ich gerade bin aber geh mal der gesellschaft angepasst dahin was da alles in eigenen geist eigentlich geschieht und ich arbeite in so einem in so einem so einem spirituellen institut und da ist ganz interessant da treten auch andere das fernsehen und so kommt auch mal vorbei und da geht es dann auch um den dress code und wie man alles schön herrichtet und so und damit die lektionen zu machen dass einfach alles wirklich scheinbar perfekt aussehen muss und dass mir darin auch alles gegeben ist die arbeit möglichst genau zu machen möglichst so daher zu kommen den koffer für die dame so zu packen wie sie es gerne hätte und alles so mit ihr zu besprechen ja und wenn ich in diesem möglichst exakten ich sag schon eher pedantischen auftreten so daher zu kommen und da einfach nur frieden zu geben ich habe unheimlich viel spass daran und freude daran und ich hätte das nie gedacht so als alter punk denkt man so nee wie geht denn das aber es ist so eine öffnung im geist dem bruder so zu nehmen und zu sehen ich lerne ganz viel über mich selbst weil das bin ich nämlich auch ich kann nämlich nicht sagen dass ich nicht extrem pingeligen gewissen sachen bin na sogar extrem und habe mich selber darin auch erkannt und wie ich das auch schön finde diese gepflogenheit dass ich fühle mich gar nicht so unwohl darin und auch auf das geistestraining zu benutzen mit wie akribisch für den geist untersuchen nicht schon gut lassen wir mal und so genau das essen bitte schon im schälchen angerichtet gerne das hätte ich gerne und ja auch den geist im geistestraining wie oft sagen ja ja das ist schon gut können wir so stehen lassen nein jedoch noch einen schritt weiter macht das wirklich ganz pedantisch und der andreas ist ja auch eine jungfrau im sternzeichen der wird das wohl wissen mit dem perfektionismus na ja das wird er drauf haben und ja das kann er sicher sehr pedantisch in gewissen dingen vielleicht nicht überall und ja an dieses akribische untersuchen im geiste es erfordert auch noch konzentration und die bereits schafft nochmals über deine idee nochmals darüber hinaus zu gehen es nochmals anzusehen und dann entdeckst du nochmals etwas neues in dir ja es lohnt sich wirklich ja wir kennen alle die hausrau die nur so schnell aufräumt und schnell alles in die schublade wirft ja ich kenne sie auch aber dann dann wirklich den geist trotzdem die schublade dann mal zu öffnen das was du nämlich im schreibtisch versteckt hast vielleicht die steuererklärung nicht sorgfältig ausgefüllt auch da mal noch hinzublicken wo bescheisse ich mich eigentlich selbst ja wo ist mein eigener betrug ich nehme jetzt einfach den steuerbetrug als beispiel wo bescheisse ich mich eigentlich ich bescheisse mich immer nur selber und ich finde das so unglaublich zu erkennen ich tue mir das nämlich alles nur selber an und was ich damit alles ausgeschlossen und wie groß wird dein geist wenn du den punk mit nach hause nimmst den rechtsradikalen und dann auch noch den kniege kurs und die vornehmen und die strassenbande wie groß wird dein geist ja wie wie dienst du dich aus indem du siehst das bin alles ich da müssen wir schon fast dreischichtig arbeiten dorothea frühschicht mit der geschicht nach schicht aber geist schläft ja zum glück nicht und was ich weiß nicht wer das mal gesagt hat kurs nahe lernen nimm den kurs ins bett dann hast du auch den die nacht schicht gleich auch noch erledigt ja dann bist du so nah dran und vergisst die lektion und die session nie ich finde das eine großartige idee aber ich weiß noch nicht bin nicht so weit ob es auch noch bei kniege irgendwelche schlafanzug vorschriften gibt aber wenn ich es dann rausgefunden habe werde ich mitteilen ja aber das sei die einzige vorschrift oder die einzige der gedanke das da sein soll geh mit gott geh mit gott aber geh also geh auch mit gott schlafen nimm auch gott mit in deinen geist wenn du schlafen gehst ja da ist ja auch der geist schläft ja nicht du bist vollkommen in gott jetzt hat irgendeiner das aha da macht einer noch special effekt der hat nichts von kniege gehört muss ich auch mal sagt eine rumgelehrt die melusine oder wie spricht man das aus müsste man noch phonetisch schreiben falls ich es falsch habe ja das essen bitte schön in schärf wir gehen ein bisschen weiter es ist der wechsel zur wahren schau der im heiligen augenblick vollbracht doch ist es erforderlich dass du lernst was genau dieser wechsel mit sich bringt das haben wir damit du willens wirst ihn dauerhaft zu machen ist diese bereitwilligkeit gegeben wird sie dich nicht verlassen denn sie ist dauerhaft hast du sie erst einmal als die einzige wahrnehmung angenommen die du haben willst so wird sie durch die rolle die gott selber in der sühne spielt in erkenntnis übersetzt denn das ist der einzige schritt in der sühne den er versteht deshalb wird er keine verzögerung darin geben wenn du dafür bereit bist gott ist jetzt bereit du aber bist es nicht also gib heute wieder deine kleine bereitschaft weil ohne deine bereitschaft kann ja nichts geschehen und in dieser bereitschaft geht dieser wechsel ein dem ich meinen geist berichtigen lasse und da blühen die blumen wieder und da tanzen die libellen am teich und da da siehst du dann auch plötzlich der stein der fels in deinem weg wo du einfach nicht weiter kommst oder die mauer ja wo du immer wieder dagegen rennst ich glaube andreas hat so wie es auf seinem video ein bild von einer mauer wo ein mann so die hand daran hält ja und diese mauer verschwindet durch die berichtigung den trennungsgedanken zwischen dir und mir zwischen dir und deinem nächsten verschwindet diese wand ich muss nicht sie abbauen sondern der heilige geist lässt sie verschwinden und dieser fels auf meinem weg wird mein segen wenn ich darin stehen stehen bleiben kennt sicher jeder der moment wo man denkt es geht nicht mehr weiter ja hat man hin und wieder mal da stehen zu bleiben vor diesem großen felsen in der schweiz haben wir auch viele davon und dann den heiligen geist machen lassen aber auch bereit zu sein die berichtigung anzunehmen vielleicht muss noch sorry sagen zum felsen bis er verschwindet ja mit der liebe werden selbst steine erweichen und komplett verschwinden und dann werden es die glücksteine und heilsteine und freudensteine und die gaben gottes auf deinem weg und so wandelt sich die schau was einst ein fels und ein steiniger weg war wurde zum heilungsweg und dann zur freude und das ist nicht nur daher geredet sondern kann wahrlich in erfahrung gebracht werden dieser eine heilige augenblick den wir hier miteinander teilen es ist schön hier zu sein mit dir im königreich dann wird es auch ganz still in uns vergesse ich manchmal fast zu atmen es wird so still so wenn ich atme wird sie verschwindet die stille nein natürlich nicht darin das neue leben anzunehmen wenn immer wenn ein stein oder eine situation sich umwandelt kommt eine neue schau einen einen moment der freude und des wiedererkennens wo einst der feind war ist jetzt der freund wo einst der mieser peter ist ist heute der freudenhüpfer ich bin schon gespannt wenn der hüpft der mieser peter ja aber der hüpft bereits in meinem geist und bilder festzuhalten und recht haben wollen ist immer eine eine falsche wahrnehmung nicht von gott gegeben warum soll ich deine bilder wenn du sagst ja für dich ist es so na dann ist es halt für dich so ich kann ja frieden darin geben für mich ändert sich ja nichts ja frieden ist frieden ob du nun denkst für dich muss es so aussehen ob ich jetzt nun aus das essen in einem schälchen will stört ja deinen frieden nicht oder und ob du alles übereinander ist mit dem salat obendrauf stört ja auch meinen frieden nicht ja stört keinen frieden das was wir sind ist immer noch komplett in frieden ob du nun den höhen weg magst und ich liebe den einfachen faulen weg geradeaus stört ja nicht den frieden und in dieser toleranz und akzeptanz treffen wir uns wieder und wer weiß vielleicht komme ich danach auf ein höhen weg dann kann sich dann auch alles wandeln diese umwandlung zuzulassen und das ist was was ich in den letzten monaten zeit so gelernt habe es einfach sein zu lassen lass es einfach sein segne es nimm den heiligen geist mit und wie viel darin geschieht ich muss nichts tun darin muss da sein was auch immer ich tue aber ich muss nicht aktiv dagegen sein oder dafür sein ich kann es einfach so sein lassen muss es weder bestärken noch muss ich es klein machen vorheben emporheben gar nichts okay dann ist es einfach so es ist wie es ist und in dem frieden und in dieser bereitschaft in diesem in diesem stillen wasser sozusagen in dieser stille wandelt sich das in alle tiefe hinein und in dieser stille hat sich in mir selber natürlich viel viel umgewandelt wo einst intoleranz war ist heute toleranz ich meine nicht dass ich die laktoseintoleranz umgewandelt hat aber ich meine dass ich meine intoleranz zu meinem bruder umgewandelt hat lass ihn zu sein wie er ist es steht mir nicht zu ihm zu verändern das heißt aber auch nicht dass ich nicht mal sagen nee es reicht ich bleibe einfach bei mir ich muss ihn nicht ändern ich muss nur mich selber ändern ich muss nur meinen eigenen geist trainieren es geht hier um mich ich muss mich meinen geist trainieren ich muss nicht dich korrigieren weil du bist eine reflektion in meinem geist und ich in deinem geist und alles dienst der heilung elbert hast du heute schon was gelernt im kniegekurs er lacht krawatte krawatte ja mal was neues auszuprobieren das finde ich auch so schön einfach mal offen sein für was neues weil das das erweitert unseren horizont unseren geist und die vergebungsmöglichkeiten wenn ich immer im gleichen fahrwasser bin erfahre ich keine veränderung aber es muss auch zugeben das wissen wir alles braucht auch diesen mut dazu ich weiss nämlich nicht was darin kommt aber es geht immer nur um die vergebung also habe keine angst vor der form auch wenn sich die form verändert ja ich hatte ja auch diesen diesen talk mit mit David hoffmeister habe ich spontan nach sonntags abends um elf angerufen ich im pyjama da der mit video call und ich gedacht oje was soll ich denn jetzt machen aber ich habe dann abgenommen total zerzaust ich wollte gerade schlafen gehen hat er gesagt na spontan morgen ein talk und ich so okay machen wir ich hatte keine ahnung und einfach mal das zu tun und einfach da spontan ja zu sagen egal was das mit sich bringt und es hat tatsächlich extrem viel in mir bewegt es hat so viel in mir bewegt diese spontanität und was anderes zu machen und diesen talk einfach so zu machen die verbindung auch so zu teilen es hat sowas bewegt dass ich am nächsten tag auch drei meiner arbeiter arbeitsstellen klein und ich habe nur so kleine arbeitsstellen gekündigt habe und gesagt genug ist genug na jetzt geht was neues auf und hat sich dann auch gleich was neues am nächsten tag bekam ich ein telefon für etwas viel interessanteres was ich ja Renate du bist auch da wunderbar schön und ja und das hat dann wirklich was verändert das hat einfach okay ich hatte es schon paar mal in meinem geist und jetzt gehe ich einfach dafür ich habe so klar in mir gehört und jetzt mache ich das auch egal was kommt ja und ich bin so ich fühle mich so frei weil ich bin nicht abhängig dessen selektion 50 ich werde von der liebe gottes erhalten und das hat ja und eben dann tag darauf ein neues telefonat für eine andere arbeitsstelle oder für jemanden den ich betreuen kann was mich auch wirklich interessiert weil es da um das 12 schritte programm geht wo ich für für jemanden da unterstützend sein kann von einer institution in der schweiz und ja damit habe ich ja gar nicht gerechnet ja du weisst ja nie was dann geschieht aber wie oft tun wir einen schritt nicht weil wir angst haben aber wir hören es schon längst in unserem geist und auf diese eine führung zu hören weil das bringt ja auch die umwandlung mit sich du machst ja nicht immer dasselbe und diese mit diesem ja mit diesen bewegungen zu gehen mit zu gehen und das zu ja möchte ich auch immer wieder ermutigen das war wirklich diesen schritt hätte ich jetzt auch okay machst du mal und dann ist es auch es war so klar tue es tue es einfach und du kennst das sicherlich auch wenn es einfach heißt so tue es jetzt egal wie das raus ich fühlte so richtig wie lebendigkeit noch mehr erblühen möchte noch mehr noch stärker intensiver ja es einfach intensiver die führung einfach klar wird was dir was zu tun und geh dafür geh mit der freude und wir haben hier was zu tun wir haben hier ein ziel und das ist auch wirklich das was ich immer ermutige auch mit der andrea wir wir machen dieses geistest training ja und egal wie wir es machen ob es jetzt nun spazieren laufend in bewegung machen bei der yogastunde oder beim singen dorothea ist ja egal wie wir die lektion machen aber mache es macht das geistest training wirklich nicht mehr nimm es du machst es für dich selbst es kommt keiner und sagt claudia hast du es heute gut gemacht oder nicht na sonst musst du nochmals nachsitzen kommt keiner ja und wenn nachhilfe gibt ja sonst auch die war waren in seinen session gab es ja die sommerferien nachhilfe also kein problem da sind wir auch so dankbar sind so schöne klassen ist die sommerferien nachhilfe die ja weitergeht das ist so hilfreich auch wirklich zu sehen ich brauche dieses geistes die nachhilfe endet ja nicht endet ja nie und eben alles ist da wir müssen ja danach gefragt haben für die die denken sie die brauche ja es muss die nachhilfe die ist ja auch wie dasselbe das lernen das trainieren des geistes ja und wir haben so viele möglichkeiten uns in seinem namen zu verbinden und die sollen wir auch nutzen weil alleine können wir das nicht und darum auch dahin zu gehen also na klar ist es manchmal ja ich sitze jetzt lieber ein bisschen auf dem balkon und es meine eis oder was auch immer schaue noch den tatort aber ich glaube der eigene tatort ist der interessanteste ja ich finde schon der beste krimi oder das beste drama dass wir umwandeln können und dazu sind ja diese sessions da also denke nicht dass du den tatort verpasst nimm dich selber mit und wandle es um in einen heiligen und ja und schon nur in dem gedanken wir treffen uns raus vom tatort ab in den heiligen ort haben wir schon eine riesen öffnung und da gibt ja auch in der schweigern gibt es das in deutschland auch akte zeichen xy und haben immer irgendwelche täter und zu sucht ja macht den kurs in wundern da werden täter und opfer aufgehoben und den einzigen den du vermisst als jemand verschwunden ist bist du selbst also wir können alle formen dazu nutzen es neu zu sehen ich meine klar sind das sind traurige geschichten es traurige stories die wirklich auch ans licht geben wollen aber die form es ist ja nur die idee ich vermisse mich selbst oder da gab es einen täter ich meine wie oft fühlt man sich selbst attackiert und diese attacken dem heiligen geist geben weil da hat dich niemand attackiert außer du selbst mit meinen eigenen gedanken und so auch diese gedankenhygiene na mit little black book knigge auch mit dem kurs ja die gedankenhygiene wir brauchen diese bereinigung und die berichtigung in unserem reich also ich auf jeden fall und unsere aufgabe ist nur den notwendigen prozess jede störung wenn wir störungen haben gerade wegs anzuschauen und sie genau so zu sehen wie sie ist so schnell wie möglich fortzuführen denn es ist unmöglich das was du dir zu wünschen glaubst als gänzlich unbefriedigend zu begreifen ja schau es direkt an rede es nicht schön verspiritualisiere es nicht schaue es einfach direkt an so und lass ihn hinein aber sagt nicht wenn du in einem desolaten zustand bist ach aber doch ja ich das alles gut es ist alles nein es ist nicht gut steht dazu es ist jetzt nicht gut und wenn es nicht gut ist kann es sich verändern und damit ins gebet zu gehen in den inneren tempel zu gehen geh hin mit allem was du bist geh zu gott geh zum altar leg es hin und lass ihn machen dieser gottesdienst ist immer möglich du musst nicht warten bis die kirche öffnet du kannst jetzt hier das machen in jedem moment selbst während dem telefon gespräch mit wem auch immer im supermarkt bei der arbeit hier ist der tempel denn gott geht mit dir wohin auch immer du gehst und spült deinen geist vollkommen rein ja und so sind wir wieder beim master of chanting oder master of chant wir erinnern uns nur an seinen namen denn der sein name ist der meine ich wiederhole immer dasselbe und ich ich bin so froh dass ich immer dasselbe wiederholen kann weil alles andere ist einfach auch anstrengend immer was neues zu erfinden und ich habe auch wirklich ich habe ja chanting gesungen lange hare krishna und so ich war so froh musste ich immer den selben text singen weil ich vergesse ihn dann nicht und es hat so einen wert es ist so einfach es ist immer dasselbe erinnern für das ego denkt oh wie langweilig ja ich bin so froh dass es einfach das ist weil es ist nicht langweilig es ist so erfüllend es ist das grösste abenteuer in meinem geist schlussendlich meine welt mit nach hause zu nehmen und still zu werden in meinem geist und darin kommt wirklich leben auf dieses kribbeln dieses erfrischende das kommt auf und überhaupt nicht langweilig das leben in gott ist so anregend erfreulich lebendig und es ist das einzige ziehen wohin auch immer du gehst und der tempel die kirche der altar oder wie man sagt die bundesladen die kommt auch mit dir alles ist da die gebets hütte alles ist da immer mit mit dir hätte nicht gedacht dass eine kirche bauen so einfach ist na claudias man schweren kopf alles gut das sind alle noch gut aus ja das passt claudia das schöne lockern toll aus so wild halt nicht gezähmt so zu bleiben wie du bist ja nicht anders zu sein der körper ist das symbol des ego so wie das ego das symbol der trennung ist und beide sind nichts weiter als versuche die kommunikation zu begrenzen und dadurch unmöglich zu machen denn die kommunikation muss unbegrenzt sein und bedeutungsvoll zu sein und ihre bedeutung beraubt wird sie dich nicht vollständig befriedigen sie bleibt jedoch das einzige mittel durch das du wirkliche beziehungen begründen kannst die keine grenzen haben da sie von gott begründet worden sind beziehungen die keine grenzen haben beziehungen die keine grenzen haben beziehungen die keine grenzen haben beziehungen das ist ja auch so da macht man schluss mit jemanden und denkt jetzt ist es vorbei nix da nix da nix da wir bleiben in verbindung und ich kann nicht mir selber entrinnen dann bleibt mir nur noch die isolation oder nein hat auch nicht funktioniert auch da kommt das licht in ein irgendein bruder wird dich schon finden da oder du dich selbst du fragst einmal um hilfe dann leuchtet einer in deine isolation pech gehabt und dann ist dieser raum auch nicht mehr isoliert das licht man kann sich noch lange vor dem licht verstecken wollen sich irgendwo auch in den himalaya weg beamen und überall ich kann hin wohin ich will Gott geht mit mir und wo immer ich bin mache ich meine lektion und dann gibt es ja auch die idee okay die böse welt da draussen ich bleibe nur noch mit den kursbrüdern zum beispiel und alles deine brüder nicht wahr da gibt es auch nicht das ist ja wie bei religion ich bleibe in der gruppierung und gehe nicht mehr nach draussen ja natürlich sollst du mit deinen brüdern sein das ist ja auch gut so ist ja auch gut ein andere immer wieder zu erinnern aber das heißt nicht dass man vor den anderen irgendwie weg laufen muss ja sind ja auch nur teile meines eigenen geistes und die machen den kurs mit mir mit die vergebung das sind ja figuren die ich aufgestellt habe na harald ist auch da sehr große ketchup er ist er ist die gesignete malzeit pizza ohne mich harald geht ja gar nicht ja ich mag pizza sehr gerne auch ohne schälchen glaube ich ja und auch ein essen kann verbinden ja ein essen miteinander in der liebe verbindet weil es ist viel mehr als nur ein essen wir treffen uns ja nicht um zu essen wir treffen uns ja um die worte gottes zu hören um in verbindung zu sein es hat ja eine ganz andere funktion wir dürfen das essen auch geniessen das demonstriert uns heute harald wunderbar ich weiss nicht ob es im knicke kurs auch so steht aber du machst das ja hören wir uns doch einen moment einen kleinen so lang ja siehste danke harald und spinat bis margarita ist alles dabei harald fehlt nichts harald hat alles er ist absolut gesegnet und wir dürfen es erst noch bei ihm abholen ist das nicht schön doch wunderbar er gibt uns das hier in den raumen wir dürfen es nur abholen was für eine gabe die harald uns hier macht ja und ich muss sagen die pizza sache das ist wirklich so eine sache ich habe das ist viele jahre her ja viele jahre wirklich und da ja da war ich ebenso verliebt und wir gingen ständig in die imbis bude also in die pizza bude und die hieß ugur ja wir gingen immer zu ugur aber ich ging ja nicht nur wegen der pizza ging auch auch wegen ihm dahin er liebte die pizza so sehr und ja nicht bin einfach ja so dahin geschmolzen wegen der ganzen liebe pizza war nebensache aber ich muss zugeben immer der sänger ja ich schaue wer der sänger war die sache war dann wirklich so immer wenn ich eine befreiende idee in meinem geist hatte so ja den wandel eine schau hat sich gewandelt ich hatte immer die idee muss ich eine pizza essen habe dann gedacht na wenn denn das hat sich irgendwie einfach in der liebe zum ausdruck gebracht immer wollte ich dann eine pizza haben und ich habe dann auch öfters eine pizza gemacht es gibt relativ häufig pizza und ja aber das war dann so ich meine ich muss auch die pizza umwandeln ich kann nicht an dieser form festhalten dann bis im himmel und als glücksgefühle und dann esse ich nur noch pizza ganz auch nicht sein na aber diese idee es kam einfach die freude kam immer mit der pizza da hier so danke harald dass du für eine pizza kompanie arbeitest und uns alle hier mit diesem liebesgefühl das ich da hatte beschenkst ja dass du das weiter gibst das ist so grossartig weil wirklich das war für mich wirklich diese ugur pizza ich glaube die pizza war nicht mal lecker viel zu fettig aber ja ist doch egal in der liebe vergisst man auch die fettige pizza und alles mögliche willst du eine pizza ja elbert ist jetzt ab heute nur noch pizza und aber das war so die erinnerung daran was ich immer verknüpft habe mit einem richtig es ist einfach perfekt dann kommt eine pizza oder so und wie auch immer wir was für ideen wir verwenden um diesen einen moment der umwandlung zu feiern ja einfach dankbar zu sein und das was auch immer in der pizza wenn er in harald die pizzas bringt ja wenn er das mit all seiner liebe macht das kommuniziert ja total und erreicht jeden egal wo wir das bringen ja und auch hier natürlich er bringt ja hier mit hinein und das ist alles spürbar und erfahrbar für jeden einzelnen von uns und ich das ist auch was wonach sehnen wir uns zu senden ich meine nicht nach pizza aber nach großer liebe ja wir sehen uns alle nach großer liebe in irgendeiner form und die große liebe ist ja dich selbst in gott zu erfahren dich selbst wieder zu treffen und das dann auch zu feiern diese erfahrung in deinem einen geist zu machen wo einfach alles alles gut ist wie es ist weil ich mich selbst so liebe wie ich bin und mich so angenommen habe wie ich bin und weil du bist so gewollt wie du bist du bist ein geliebter der sohn gottes du bist ein ein strahl ein sonnenstrahl gottes du bist das licht dieser welt was mäkelst du noch an dir rum und kritisierst an dir rum nimm dich an wie du bist und lass einfach ihn machen lass die vergebung reinkommen und das ist total danke gehst du noch für das wort heute attraktiv das ist total attraktiv das ist das attraktivste du bist das attraktivste für dich selbst in gott bei so einem schönen pizza boten können wir ja nichts anderes sagen na ja wenn harald die haare offen hat sieht er aus wie jesus ja sieht er jesus lieber pizza toll er hätte das gedacht ja und so schön sind wir alle und liefern alle diese liebe und bringen alle die liebe in unsere welt hinaus dieses eine ziel teilen wir miteinander wo auch immer du hingehst was auch immer du tust Gott geht mit dir dann dies war für heute mal für die letzte session in der alle von meiner seite ja und ich danke für alles für das dabei sein für das hier sein für die möglichkeit liebe hier so auszudehnen na ich komme sicher mal zu besuch und wer weiß vielleicht gibt es ja eine weihnachtsbranche wo ich eingeladen bin wer weiß das schon gibt ja überall in allen anlässen weihnachtsbranche und weihnachtsevents und so weiter Osterevents und ich danke euch allen von ganzem Herzen und sei so wie du bist so wie Gott dich gemacht hat geschaffen hat und hier noch ein Link zu meiner Homepage daslichtistgekommen.ch da hat es auch immer die Tageslektion und auch andere Sachen Events und natürlich lese ich noch kurz was vor das habe ich schon vergessen ich wollte nämlich noch ein Nachtgebet vorlesen das ich geschrieben habe ich habe es heute Morgen gepostet habe ich gesehen ist ja gar nicht Nacht ich vergesse es mal Nachtgebet die Nacht in ihrem Schweigen so kraftvoll enthüllt was Verborgenes am Tage sich verschleidet ist es ein Segen in der Dunkelheit das Buch entfaltet sich entfaltet sich und Kreativität die Seele beflügelt um zu erfahren was soll das hier Türen sich schliessen und trotzdem offen der Raum denn Gedanken im Schweigen leichter lesbar werden das Alte muss hier sterben wir wollen nicht verbergen denn hinter Bergen wird gesungen glücklich sollst du sein da dieses Wort keine leere Floskel bleiben soll ich sag's dir du bist toll zu sagen das Wort das eine ist dafür zu gehen eine andere Geschichte so sei bestärkt und motiviert ein Talent hier zitiert denn eines soll es dich erinnern wie kraftvoll in der Stille der Nacht zu singen Könige sich darin erheben und reichen still die Hand Liebe hat dich umwoben tief ins Herz gesprochen still still schau aus dem Fenster einer singt wenn du gewillt ihn zu hören Schönheit in der Nacht ist neu geboren ja hab ich geschrieben letztes Jahr und wer weiss wenn ein Troubadour der Liebe vor deinem Fenster singt lass ihn rein auch wenn er die Knigge-Regeln nicht beherrscht alles Wunderbare sind alles die Liebe Gottes ja ja und ja wenn die Liebe spricht dass wir sie wirklich auch hinhören und hineinlassen ja jeder ist eingeladen natürlich Donnerstagabend und Sonntagvormittag habe ich Events Online-Meetings Herzlichen Dank euch allen und ich spiele noch einen Song falls noch jemand was singen will hier darf er auch noch wunderbar Gesundheit Claudia Segen meine ich gesund bist du ja bin ich ich hoffe ich bin nicht ich bin mir gut wir haben wir ein Vielen Dank.